Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe hier ein Buch in der Hand. Und vor diesem Buch, die Bibel, da haben so viele Nationen, Staatshäupter Angst vor. Regelgerechte Angst. In China kommt man ins Gefängnis, wenn man die Bibel hat und man dabei erwischt wird, dieselbe zu lesen. In Nordkorea werden Geschwister, Glaubensgeschwister deswegen verfolgt. In Indien, in Pakistan. Ich stelle mir die Frage, warum so eine Angst vor diesem Buch? Warum? Warum ist das verboten, zum Beispiel in Dubai dieses Buch einzuführen? Warum? Wenn das doch ein Märchenbuch ist, wenn das doch alles nicht stimmt. Man hat doch nicht vor einem Märchenbuch Angst. Man hat doch nicht vor einem Buch Angst, wo wieso nicht die Wahrheit steht. So manche Theologen, die lernen das sogar, dass das ein Buch ist, was irgendwie zusammengeschustert wurde. Aber ich sage Ihnen, warum man davor Angst hat. Weil man weiß, dass dieses Buch die Wahrheit ist und dass dieses Buch schon komplett ganze Menschen verändert hat. In China ist es seit Jahrzehnten so, dass Menschen scharenweise zum Glauben kommen. Die chinesischen Geschwister, wenn die eine Bibel bekommen, die küssen sie, weil sie wissen, das ist die Wahrheit. Hier ist das einzig wahre Wort Gottes. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dass Gott den Menschen gemacht hat. Ist aufgeteilt im Alten Testament und im Neuen Testament. Am Anfang lesen wir, wie Gott die Welt schuf. Und wissen Sie, von Anfang an hat Gott Folgendes vorgehabt. Er wollte mit den Menschen in innigster Gemeinschaft leben. Er hatte gar nicht vorgehabt, mit den Menschen getrennt zu sein. Aber wir, wir haben uns bewusst für die Sünde entschieden. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, der Sündenfall, das schlimmste Ereignis der Weltgeschichte. Seit dieser Zeit ist der Mensch getrennt von Gott. Das könnte man sagen, das ist aber ziemlich egoistisch von Gott gewesen, dass er das zugelassen hat. Aber ihm war das nicht egal, wie es weitergeht. Er hat schon damals beschlossen und hat den Menschen vorausgesagt, ja, es wird jemand mal kommen, der wird diesen Teufel in die Ferse stechen. Sein Sohn ist gekommen auf dieser Welt und hat für Sie und für mich am Kreuz von Golgatha, Neues Testament, ab Matthäus 27, können Sie es nachlesen, hat alles bezahlt. Er hat laut ausgerufen, es ist vollbracht. Dort hat er den Tod, den Stachel genommen und dort hat er den Teufel besiegt. Und dieses Buch sagt ganz genau voraus, wie es in der Weltgeschichte weitergehen wird. Darum hat man Angst. Man weiß genau, dieses Buch macht was mit Menschen. Dieses Buch überführt den Menschen. Dieses Buch, das ist wie ein zweischneidiges Schwert. Darum hat man Angst. Darum verbietet man es. Und in diesem Buch steht, dass Jesus Christus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass Jesus Christus wiederkommen wird. Er wird wiederkommen, um Gericht zu halten. Und darum möchte ich Ihnen heute die Frage stellen. Es gibt eine Zweierregelung. Und diese Zweierregelung, die lautet, ist Jesus Ihr Retter oder ist Jesus Ihr Richter? Wenn er Ihr Retter ist, wenn Sie persönlich erfahren haben, dass Ihre Schuld am Kreuz von Golgatha bezahlt wurde, dass der ganze Sündenbrief zerrissen ist, dann ist er Ihr Retter, dann kommen Sie nicht mehr ins Gericht. Aber wenn er Ihr Richter ist, ein gerechteren Richter werden wir nie haben wie Jesus Christus, der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, und er wird gerecht richten. Und dann heißt es, kann ich mich nicht jetzt noch zu Christus hinwenden, dann ist es zu spät. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr, sich zu bekehren und Buße zu tun. Dann ist es vorbei, dann ist es zu spät. Das ist genauso wie zu der Zeit Arche. Dann ist es Feierabend. Gott hat die Arche abgeschlossen und die Menschen konnten von außen klopfen wie wild. Keiner kam mehr in dieser Rettungsarche rein. Und so ist es auch in Bezug auf die Hinwendung zu Christus. Es wird eins zu spät geben. Und Gott wird diese Welt richten. Es wird nichts bestehen bleiben, wie es jetzt ist. Die Elemente werden verschmelzen. Da können wir uns jetzt lustig drüber machen, aber Gott hat schon so oft in diese Weltgeschichte hineingesprochen. Denken Sie mal daran, der Zweite Weltkrieg, wie viele Millionen von Opfern. Unser Land war am Boden, kein Stein stand mehr übereinander. Was war denn damals der Gedanke von den Politikern, die dieses Vaterland wieder aufgebaut haben? Wissen Sie, was im Grundgesetz steht? In Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wissen Sie, was in so mancher Landesverfassung steht? Das oberste Ziel der Regierung ist es, dass die deutsche Jugend wieder die Gottesfurcht lernt. Das ist nicht lange her. Diese Dinge wurden geschrieben 1945 bis 1949, bis in den 50er Jahren hinein. Und jetzt machen wir es anders. Jetzt schreiben wir auch wie folgt. Wir brauchen dich nicht mehr. Wir können auf Gott, auf den Gott der Bibel verzichten. Es stört uns nicht mehr. Aber eins steht fest, das was wir sehen in unserem Land und wie wir mit Gott umgehen, so werden wir die Ernte einfahren. Und glauben Sie nicht, wenn wir Gott spotten, wenn wir den lieben Gott, einen lieben Mann sein lassen, dass das keine Auswirkung auf unser Land hat. Das hat sehr wohl Auswirkung auf unser Land. Und das werden wir in den nächsten Jahren noch mitkriegen. Darum aber für Ihr persönliches Leben. Kehren Sie um. Kommen Sie heute noch zu Christus und lernen Sie eins. Sie haben vor Jesus nichts zu bringen, als Ihre ganze Schuld und Ihres Verdorbensein in Sünde. Das können Sie bringen. Und das können Sie nur dorthin und ablegen, wo er für Sie alles bezahlt hat. Auf Golgatha. Der wichtigste Berg der Weltgeschichte. Dort hat er alles bezahlt. Ich rufe Sie auf, tun Sie Buße, kehren Sie um, versöhnen Sie sich mit Gott. Und vielleicht hat schon Gott öfter in Ihr Leben hineingesprochen. Und Sie wollen bewusst ihn nicht als Herrn anerkennen und nicht bewusst Ihre Schuld und Sünde bekennen. Wer seine Schuld und Sünde bekennt vor Gott, den macht er treu und gerecht. Gott segne Sie. Amen.